Was passiert bei einem Retreat für dich? Als erstes Mal ist es natürlich eine wunderbare Gelegenheit, um zu entspannen und dich mit deinem Körper, Geist und deiner Seele zu treffen. Und als nächstes natürlich, kannst du deine Sehkraft dabei verbessern. Und du kannst dabei auch die Haltung deines Körpers verbessern. Und du wirst dabei dein Immunsystem und dein Energiesystem verstärken. Und du wirst viel Spaß und Entspannung dabei haben. Ein Retreat ist eine großartige Gelegenheit, um wirklich sehnlich dem Prozess hinzugeben. Was für ein Prozess? Selbstheilung und Selbstentwicklung. Also, aber was für ein Prozess? Und zwar der Prozess der Selbstheilung und der Selbstentwicklung. Of course, in addition to the holistic practices, like Qigong, Yoga and Gymnastics. Und natürlich zusätzlich zu den ganzheitlichen Methoden, zum Beispiel wie Yoga, Qigong und Gymnastik. Und es wäre kein Retreat, wenn wir nicht auch gleichzeitig eine Selbstregulierung üben würden, Meditation und Affirmation sprechen würden. Und der Retreat ist für alle diejenigen gut geeignet, die offen für Veränderung sind, offen für Veränderung zum Besseren hin. Und wenn du während einiger Tage beim Retreat deine Sehkraft trainierst, aber auch natürlich Meditation und viele andere Techniken, wirst du einfach bewusster deines Körpers und deiner Seele. You'll never get bored, because we will do one step theory, one step practice. One step practice, one step relaxation. Und du wirst dich dabei niemals langweilen, denn wir werden immer einen Teil Praxis, einen Teil Theorie machen und einen Teil Theorie und einen Teil Entspannung. Und du wirst alleine arbeiten, du wirst paarweise arbeiten, du wirst in der Gruppe arbeiten und du wirst einfach sehr viel Spaß und Vergnügen dabei haben. Und wenn der Retreat ist, all die Transformation, die du anfangen möchtest, wird mit dir mit dir und du wirst den Weg der Selbstbeutelung und Selbsthealung online funktionieren. Und natürlich, wenn der Retreat zu Ende ist, dann werden alle diese Veränderungen dich weiter begleiten und du wirst weiter in der Lage auch sein, diese ganzen Praxen weiter online zu üben. Also, wir sehen uns ganz bald. Tschau!